Cap for Free Tech Talk, ein Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free. Herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Raspberry Pi hier im Tech Talk. Am Mikrofon ist wieder Steffen Schulz. Ja, die Einrichtung haben wir mittlerweile hinter uns. Wir waren bei den Updates stehen geblieben, die grandios fehlgeschlagen sind, da die SD-Karte nicht wirklich funktioniert hat mit diesem Raspberry Pi. Das ist, habe ich ja erklärt, also die SD-Karten, die sind dann nicht unbedingt kaputt, aber der Raspberry Pi hat mit manchen SD-Karten ein kleines Kompatibilitätsproblem. Entweder startet er gar nicht oder wenn er startet, dann hat er Schreib- und Leseprobleme, wenn umfangreichere Vorgänge passieren. Und so ist es bei dieser Karte gewesen. Ich habe mittlerweile eine andere Karte gefunden und entsprechend schon eingerichtet. Und in der zweiten Folge soll es mal darum gehen, was man für Schritte tun soll, um einen Desktop auf diesem Raspberry Pi zu installieren. Nun gibt es ja schon ein fertiges Raspbian-Image mit einem Desktop drauf. Der nennt sich Pixel, ist aber nicht ganz so zugänglich für uns. Zumindest wäre mir nicht bekannt, dass das Ding zugänglich wäre. Und deshalb gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Der Standard-Desktop von Debian ist GNOME. Allerdings ist GNOME nicht gerade für einen Ressourcenschoner und somit für den Raspberry Pi wahrscheinlich auch nicht so zu empfehlen. GNOME ist zwar an und für sich ganz okay. Man muss dann entsprechend noch einen Modus aktivieren, der für Orca zugänglich ist. Der nennt sich dann GNOME Classic oder GNOME Fallback. Genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Das hat sich im Laufe der Zeit ab und zu mal geändert. Dann gab es dann teilweise GNOME Classic und GNOME Fallback. Und dann wieder nur GNOME Fallback und GNOME Classic. Also alles sehr verworren manchmal in dieser Linux-Welt. Und deshalb gibt es noch andere Desktops, die weniger speicherhungrig sind. Einer dieser Desktops ist MATE. MATE ist ein Fork, eine sogenannte Abspaltung, die aus dem früheren GNOME-Projekt entstanden ist. Also es gab GNOME 2 irgendwann mal. GNOME 2 wurde dann aufgegeben und es wurde GNOME 3 entwickelt. Was aber nicht unbedingt auf GNOME 2 aufbaute, sondern eine komplette Neuentwicklung war. Und dann hat man GNOME 2 hergenommen, weil es viele Leute gab, die haben GNOME 2 so ein bisschen hinterher getrauert. Und haben auf dieser GNOME 2 Basis einen neuen Desktop entwickelt. Und das ist jetzt MATE. Also wer GNOME 2 noch kennt aus früheren Linux-Zeiten, aus alten Ubuntu-Versionen, beispielsweise Ubuntu 10, hat dann GNOME 2 im Einsatz gehabt. Und ja, Debian früher natürlich auch. Und wer das noch kennt, der wird sich mit MATE definitiv vertraut vorkommen. Und wer sonst unter Windows XP noch gearbeitet hat, der wird MATE auch zu schätzen wissen, weil, das werden wir gleich noch sehen, MATE erinnert eigentlich sogar schon so ein bisschen an Windows XP. Von der Navigation her fast, 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 fast. Aber es ist ähnlich. Ja, was müssen wir tun? Wir müssen natürlich uns in unseren Raspberry Pi einloggen. So, ich gebe die IP-Adresse ein. Ich melde mich wieder als Pi-User an, PI. So, ich habe eine Generalprobe versucht mit diesem MATE-Desktop und die ist grandios schiefgelaufen. Das lag teilweise an mir, teilweise an der Anleitung, an der ich mich orientiert habe, weil da einige Punkte waren, die ein bisschen verwirrend sind. Deshalb habe ich zunächst mal das Ding, ja, quasi in der Generalprobe installiert. Ich habe es letztendlich auch geschafft und deshalb werde ich jetzt nicht mehr den Schritt beschreiben, wie man den MATE-Desktop installiert oder den Schritt vorführen, sondern, ich sage euch eigentlich nur die Sachen, die man drumherum tun muss. Also, bevor wir einen Desktop installieren können oder bevor wir ihn installieren, installieren könnten wir ihn jetzt auch so schon, müssen wir hardware-technisch noch was tun, nämlich eine USB-Soundkarte besorgen. Das hat den Hintergrund, dass der Soundtreiber vom Raspberry Pi ein bisschen kaputt ist, wenn er mit Sprachausgaben zusammenarbeitet. Da gibt es diese eSpeak-Sprachausgabe und wenn die auf diesen Soundtreiber trifft, dann gibt es Ärger. Dann fängt das Ding an zu stottern und zu wackeln und im schlimmsten Fall gibt es einen Systemabsturz. Das liegt irgendwie an dem Soundtreiber oder an dem Soundchips. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kann man das einigermaßen umgehen, wenn man stattdessen einen USB-Dongle nimmt. Das kann so ein kleines Ding für 10, 20 Euro sein. Also, das muss jetzt nicht irgendwie eine riesig teure 24-Bit-96-Kilohertz-Soundkarte sein, die wahrscheinlich im Gegenteil dann auch nicht so ohne weiteres einzubinden ist, je nachdem, wie die Treiberverfügbarkeit ist. Es gibt für den Raspberry Pi sogar Aufsteckmodule, die nennt sich irgendwie HiFiBerry oder Wolfram AudioCard oder Wolfson AudioCard, habe ich auch mal gelesen. Die lassen sich dann auf diese GPIO-Pins aufstecken. Damit habe ich allerdings jetzt keine weitere Erfahrung. Ich weiß also nicht, ob die dann besser funktionieren. Aber eine USB-Soundkarte tut es allemal, dafür, dass wir das Ding zum Sprechen bringen wollen. Und deshalb müssen wir dann die USB-Soundkarte installieren. Die braucht einfach nur reingesteckt werden, muss allerdings so konfiguriert werden, dass sie als Standard angesprochen wird. Und das machen wir in einer Konfigurationsdatei. Das ist also kein großes Problem. Da haben wir den Editor Nano drauf. Nano ist so ein Kommandozeilen-Text-Editor. Das machen wir mit sudo nano, Leerzeichen, und dann eine Datei, die unter slash lib slash modprobe.d slash aliasis.conf liegt. Geno Nano 2.2.6 Datei schrägstrich lib schrägstrich modprobe.d schrägstrich aliasis.conf So, jetzt kommen hier noch ein paar Kommentare in dieser Datei. Also alles, was mit einem Nummernzeichen beginnt, ist unter Linux-Konfigurationsdateien ein Kommentar in den meisten Fällen. Außer die obere Zeile, das ist die sogenannte Shebang. Also wenn wir ein Bash-Skript haben beispielsweise, dann steht am Anfang immer Nummernzeichen, Ausrufezeichen, slash bin, slash bash. Das ist diese Shebang-Zeile, nennt man das. Und die wird dann auch interpretiert, um dem Skript zu sagen, mit welcher Shell ein Skript ausgeführt werden soll. Aber das haben wir jetzt hier nicht. Das ist eine simple Konfigurationstextdatei. Und da stehen ein paar Sachen drin. Ich kann mit einem Cursor einfach navigieren. Das sind jetzt Sachen, die für die Soundkarteneinstellungen gültig sind. Und die müssen wir ein klein bisschen modifizieren. Die erste Zeile nicht, also Options, Send PCSP Indexes, gleich minus 2. Die lassen wir, wie sie ist. Die zweite Zeile. Options, SND, USB, Audio, Index, Gleichheitszeichen, minus 2. Options, SND, USB, Audio, Index, gleich minus 2. Die ist normalerweise ohne Kommentarzeichen. Und ich habe jetzt mittlerweile schon ein Kommentarzeichen davor geschrieben. Also diese Zeile, die muss mit einem Kommentarzeichen versehen werden. Ich habe euch das auch noch notiert in einem Artikel. Könnt ihr also nochmal alles genau nachlesen, damit ihr jetzt nicht mühevoll Sachen abschreiben müsst. Und die restlichen Zeilen, die lassen wir einfach so, wie sie sind. Wir drücken STRG-X, um hier rauszugehen und die Datei zu speichern. Gut, da wir jetzt nichts verändert haben, passiert auch nichts. Die wird sonst, ja, man bekommt dann eben die Abfrage, ob man das Ding speichern möchte. Bestätigt das mit J und drückt dann nochmal Enter, um den Dateinamen zu bestätigen. Und dann ist das Ganze gespeichert. Dann gibt es noch eine zweite Option, die man anhaken kann oder konfigurieren kann. Muss man allerdings nicht, aber ich würde es empfehlen. Und zwar die Option zum kompletten Deaktivieren der internen Audioschnittstellen. Also der Audioausgang vom Raspberry Pi und auch das HDMI-Audio. Und das macht man in der Boot-Datei, die liegt auf der Boot-Partition. Wird ebenso mit nano editiert, sudo nano-slash-boot-slash-config.txt heißt das Ding. Und hier müssen wir eine Zeile kommentieren, die ganz unten am Ende der Datei steht. Da heißt es nämlich Enable Audio, das ist eine Kommentarzeile, da wird beschrieben, was diese Zeile tut. Und da drunter die Zeile Dt param gleich audio gleich on. Da setzt man einfach wieder ein Nummernzeichen davor, um diese Zeile zu kommentieren und speichert die Datei ab. Also gleiches Prozedere und mit STRG-X dort raus. So, jetzt können wir da hingehen und den Mate-Desktop installieren. Was ich schon getan habe, also das ist ein Vorgang, der dauert sehr, sehr, sehr lange, weil das unheimlich viele Pakete sind. Und zwar macht man das mit dem apt-Befehl. Wieder apt-update, um diese Paketlisten zu aktualisieren. apt-upgrade, um das System aktuell zu halten, falls noch nicht geschehen. Und dann mit apt-install, also apt-lear install. Mit Doppel-L hinten. Und da haben wir dann ein paar Pakete, die wir installieren. Zum einen Mate-Core, dann Mate-Desktop-Environment und Light-DM. Das ist der Display Manager, der sorgt dann dafür, dass man sich über eine grafische Oberfläche einmelden kann. Also die Benutzeranmeldung schreibt sich Light, wie das englische Licht, L-I-G-H-T und dann DM, Delta Marta. Und wir brauchen natürlich den Screenreader, der heißt Gnome Orca, Gnome-Orca. Diese Paketzeile, die schreibe ich euch ebenfalls in den Artikel, kann man dann direkt so in die Shell reinkopieren und dann installiert. Das sind wenige Pakete erstmal, wie es sich anhört, aber die Abhängigkeiten für diese Pakete sind natürlich erstmal gigantisch. So ein ganzer Desktop, das sind um die 500 Pakete und selbst dann ist es nur ein minimaler Desktop. Deswegen dauert das auch sehr, sehr, sehr lange. Und da muss man sich schon ein paar Stunden Zeit nehmen, also je nach Geschwindigkeit der verwendeten SD-Karte. Das dauert, wie gesagt. Und man muss sich auch überlegen, was man tatsächlich auf diesem Desktop machen will. Das, was wir jetzt installiert haben, ist eine minimale Desktop-Umgebung. Da ist weder Webbrowser noch E-Mail-Client drauf. Und das ist auch ohne Office-Paket, ohne alles. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten drauf, so ein Texteditor ist drauf. Man hat das Menü zum Navigieren, man hat ein paar Anwendungen, kleinere Anwendungen drauf, die von Marte mitgebracht werden. Eine Archivverwaltung, einen Dateimanager natürlich. Also es ist jetzt nicht allzu viel da. Man muss hinterher noch ein bisschen arbeiten und gucken, was braucht man tatsächlich und was braucht man eher nicht. Man sollte sich bewusst sein, dass der Raspberry Pi kein wirklich fetter Desktop-Rechner ist. Also man muss gucken, denn wenn man zu viel installiert, dann kann die ganze Sache auch mal wieder nach hinten losgehen und der Raspberry Pi gerät selbst in der 3er-Version an seine Grenzen. Also er kommt nicht gegen einen richtigen Desktop-Rechner an, aber beispielsweise der Webbrowser läuft, der Firefox oder Iceweasel. Mittlerweile heißt er wieder Firefox, genau. Da gab es ja bei Debian eine Namensstreitigkeit. Der Thunderbird, der heißt bei Debian Ice Dove. Man kann aber auch kleinere Mail-Programme installieren, zum Beispiel Silphite. Das ist ein japanischer Mail-Client, der redet aber auch Deutsch. Und das ist eine schöne schlanke Alternative zum Ice Dove. Ja, die Sachen habe ich schon mal installiert. Damit es jetzt weitergehen kann, müssen wir noch eine weitere Konfiguration editieren. Jetzt müssen wir die Settings für die sogenannten Accessibility-Switches einrichten. Das bedeutet, dass man den Orca-Screenreader sofort beim Systemstart lädt. Und beim nächsten Reboot des Raspberry Pi das Ding also zu uns spricht. Und das macht man über den G-Settings-Dienst. Das ist ein, ja, im Prinzip wie eine Registry ist das aufgebaut, wie man es von Windows her kennt. Bloß, dass man diese Registry auch mit der Kommandozeile steuern kann. Man muss das Ganze über den Befehl deboost-launch machen, da wir ja von der Kommandozeile aus arbeiten und nicht schon von der grafischen Oberfläche. Divos-launch-g-settings-set-org.mate.interface. Accessibility, True und so weiter und so fort. Das sind recht komplexe Befehle, ebenfalls nachzulesen. Die habe ich ebenfalls schon gesetzt in der Generalprobe. Und wir prüfen jetzt mal, ob diese Befehle schon greifen. Da sind zwei Befehle, die man abarbeiten muss. Und es gibt auch zwei Befehle, wo man prüfen kann, ob diese Sachen schon auf True gesetzt sind. So, wir nehmen mal den Interface-Accessibility-Befehl und lassen uns ausgeben, ob der True oder False ist. True, sagt er. True ist gut. Und dann noch den zweiten. Das ist die Screenreader-Enabled-Flag, damit der Orca-Screenreader automatisch startet. Und auch das ist True. Schön, True ist es. True gefällt uns. Der nächste Schritt ist, den Light-DM einzurichten für die Zugänglichkeit. Da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Aber auch das ist wieder nur eine Konfigurationsdatei, die bearbeitet werden muss. Die liegt unter slash etc. Das ist der generelle Konfigurationsordner von Linux-Systemen. slash etc. slash lightdm slash lightdm.conf Die Datei ist sehr umfangreich. Da muss man sich ein bisschen durcharbeiten. Und zwar gibt es da eine Zeile, die mit Greeter-Rapper anfängt. Also Greeter, wie das englische Grüßen mit Doppel-E, minus Wrapper, W-R-A-P-P-E-R, gleich. Und da ist eine, ja, da steht nichts hinter. Da entfernt man zunächst das Kommentarzeichen und ergänzt die Zeile um den Pfad zum Orca-Rapper, nämlich User-Bin-Orca-DM-Wrapper. Das speichert man ebenfalls ab und dann ist der Desktop eingerichtet. Eine letzte Sache, die jetzt noch zu tun wäre, ist das System so zu konfigurieren, dass er automatisch in den Desktop startet. Und das macht man wieder über das bereits bekannte Tool raspy-config, sudo raspy-config, raspberry-pi-software-konfiguration-tool, raspy-config, 1-expand-file-system-ensore-start-all-of-desk- Und da gehen wir jetzt runter auf Numero zwei-kange-user-password, drei-boot-options- Ja, drei-boot-options- drücken Enter dort und dann haben wir B1 Genau, da geben wir rein und dann haben wir entsprechend B1 die Konsole Dann haben wir Die Konsole mit einem Auto-Login Das Desktop-GUI mit einer Login-Abfrage, das wäre dann der Leit-DM, der uns da begrüßt und uns mit dem Passwort abfragt, bevor wir ans System können. Genau, das ist die vierte Option mit einem Desktop-Auto-Login, dann werden wir automatisch angemeldet, das System fährt hoch und begrüßt uns sofort mit dem fertig geladenen Desktop. B4 Desktop-Auto-Login Wir bestätigen das einfach mal. P-E-T-Raspur-Ruby Dollarzeichen Sudo-Nano-Lieb-S- So, jetzt bin ich wieder in der 2-1-expand-file-sü in der äh, entsprechenden Hauptmenü-Region hier. Ich will wieder raus aus dem Tool, drücke einmal Tab Sehe jetzt auf der Breitzeile Select, macht das nicht, ich gehe einmal mit dem Cursor nach rechts. F Finish steht auf der Breitzeile, also wer jetzt eine Breitzeile hat, ist hier definitiv im Vorteil, wie es mit JAWS ist, ob JAWS das automatisch komplett ausliest, weiß ich jetzt gar nicht, aber NVDA tut es momentan nicht. Das kommt auch mal ein bisschen auf die Konsolen-Grafik-Oberflächen an, mit denen es gebaut wurde. Ich sage einfach Finish. Would you like to reboot now? Kleiner als ja, größer als kleiner als nein, größer als. Ja, und jetzt fragt er uns schon, möchten wir ein Reboot anstoßen? Wir sagen einfach mal ja. Putti Fatal-R-Dialog So, jetzt ist hier hinten mein E-Speak-Zugange. Das ist der Konsolen-Screenreader, den man noch installieren kann. Das habe ich jetzt bewusst mal ausgelassen. Das Ganze habe ich jetzt mal bewusst ausgelassen, weil dieser Konsolen-Screenreader uns auf dem Desktop wenig nützt. Grund dafür ist das Puls-Audio-System, was den Raspberry Pi, beziehungsweise generell unter Linux in Zusammenarbeit mit SpeakUp, das ist der Konsolen-Screenreader, nicht so ganz funktionieren will. SpeakUp ist ein komplett ALSA-basiertes Ausgabesystem, entweder ALSA oder LIB-AO, was man da auch immer einstellen kann. Puls-Audio wird da nicht unterstützt. Puls-Audio hat aber die dumme Angewohnheit, dass alles, was auf reiner ALSA-Ebene läuft, vom Soundsystem her, komplett blockiert wird. So heißen, SpeakUp funktioniert einfach mal nicht. Und deshalb ist es relativ sinnlos, das SpeakUp zusätzlich zu installieren. Wenn man tatsächlich auf die Shell will, dann macht man das dann über die SSH-Verbindung oder wer eine Breitzeile hat, kann das über BRL-TTY machen. Das lässt sich auch am Raspberry Pi installieren. Und dann kann man entsprechend eine Breitzeile anschließen. Auch das funktioniert. Wer ins Terminal will, der kann das auch von der Desktop-Oberfläche aus machen. Da geht dann ein grafisches Terminal auf. Das funktioniert genauso gut und lässt sich mit Orca bedienen. Und jetzt denke ich, wird es Zeit, dass wir mal den Raspberry Pi starten. Dachte ich mir so. Es funktioniert zwar nach meiner Generalprobe. Ich habe das Ding ein paar Wochen schon laufen. Allerdings mittlerweile funktioniert es nicht mehr. Eines Tages starte ich den Raspberry Pi. Orca lief. Alles lief. Der Sound lief. Aber die Sprachausgabe lief nicht. Warum es so ist, ich weiß es nicht. Das kann ein Fehler sein. Irgendeine Konfigurationsdatei ist kaputt gegangen. Wie gesagt, es kann an der SD-Karte liegen, dass da irgendwie ein Schreibfehler passiert ist. Also man muss da höllisch aufpassen. Eigentlich sollte man sich, sobald man alles frisch eingerichtet hat, erst mal ein Image von dieser SD-Karte machen und das dann sobald irgendein Fehler passiert, dann wieder zurückschreiben. Habe ich jetzt erst mal nicht gemacht. Ich muss noch ein bisschen schauen, woran es liegt. Also kann jetzt den Raspberry Pi an sich gar nicht vorführen, wie der Desktop spricht. Aber ich bin ja nicht ohne einen zusätzlichen Linux-Rechner am Start. Es gibt ja noch die Möglichkeit, das Ganze einfach mal auf einem anderen Raspberry Pi oder auf einem anderen Linux-Rechner zu betreiben. Der hat natürlich ein anderes System. Ich zeige es euch trotzdem mal. Und zwar habe ich hinten an meinem Schreibtisch noch einen kleinen Linux-Rechner. Der hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Leistung, aber da läuft auch ein Mate-Desktop. Ich mache ihn einfach mal an. Der wird dann direkt angesteuert und dann kann ich euch auch ein bisschen zeigen, wie man auf diesem Mate-Desktop navigiert. und zwar über meine Tastatur direkt. Da wird ein KVM-Switch dran gesteckt. Also das ist im Prinzip ein Umschalter, den man nutzen kann, um zwei Rechner mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus zu steuern. Und den habe ich mit jeweils meinem Desktop-Rechner und meinem Linux-Rechner verbunden. Und dann kann ich euch gleich zeigen, wie man auf dem Mate-Desktop navigiert. So, hier ist eine Anmeldung. Der macht allerdings nicht den Lite-DM, sondern der macht den Gnome-Display-Manager. Auf dem Rechner laufen nämlich gleich zwei Desktops. Das kann man auch machen. Man kann also mehrere Desktop-Umgebungen parallel laufen lassen und sie dann über einen Display-Manager ansteuern. So, das ist allerdings schon weitere Linux-Materie, die, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Ich drücke einfach mal Leertaste und gebe mein Passwort ein und warte, bis mir der Bildschirmleser an sagt Orca. Und dann sind wir auch schon da auf dem Desktop. Jetzt können wir einfach... Man kann sich den Desktop tatsächlich so konfigurieren, als würde man unter Windows XP arbeiten. Ich habe das gemacht im Vorfeld schon. Normalerweise ist das nicht so, aber man kann es halt in den Tastaturbelegungen so einstellen. Man kann schön die Tastenkombinationen mit Windows-Taste M fokussiere ich einfach mal den Desktop. Ich habe hier den Rechner, persönlicher Ordner, Gaim, Firefox, Mithyv, Müll, Daten. Das ist eine Partition, die hier eingehangen ist. Sylphid ist der eben erwähnte E-Mail-Client, Teamtalk, PC, Mann.fm, das ist ein Dateimanager beispielsweise. Also man hat hier dann eben einen ganz normalen Desktop mit entsprechenden Verknüpfungen, die man sich auch anlegen kann. Um jetzt in das Menü zu kommen, um mal die ganzen Anwendungen zu erkunden, kann man Alt F1 drücken. Das funktioniert bei Gnome genauso wie bei Mate. Und dann hat man wie unter Windows XP im Prinzip eine Kategorieliste. Also man hat jetzt kein Programmenü, aber man hat beispielsweise, ja gut, das ist eher so ein, ja so ein Kategoriebasiertes Menü, aber man kann eben entsprechend wie unter Windows XP damals schön im Startmenü navigieren. Barrierefreiheit, da ist dann beispielsweise, wir klappen es mit dem Cursor rechts auf, der Bildschirmleser drin, Bildung, LibreOffice, manchmal hat man nur ein oder zwei Programme pro Kategorie, Büro ist dann beispielsweise, na geht er nicht auf, doch er geht auf, aber hängt ein bisschen, genau, Dokumentenbetrachter, Dokumentenbetrachter, LibreOffice, 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 LibreOffice Writer, das ist quasi die Textverarbeitung von LibreOffice, Wörterbuch, Internet ist noch interessant, Empathy, Die Firefox Gaim, das ist ein XMPP-Client. Ja, das ist auch nochmal Firefox, das hat man aus Kompatibilitätsgründen wahrscheinlich gelassen. Polari, weiß ich jetzt nicht, was das ist, ich glaube ein BitTorrent-Client oder sowas. Sylphid Transmission, das ist ein BitTorrent-Client, genau. Auch das gibt es, Betrachter für entfernte Bildschirme und so weiter und so fort. Multimedia. Audacious, das ist ein Audio-Player, der so ein bisschen ähnlich wie Winamp aussehen soll, mittlerweile sich aber weiterentwickelt hat. Brasero ist ein Brennprogramm. CD-Spieler. Gnome M-Player. Handbrake, das ist ein Dateikonverter für Videofiles und so. Klang, weiß gar nicht, was das jetzt war. M-TV, das ist ein Fernsehtool. M-H-Wave-Edit, ein Soundeditor und so weiter und so fort. Also es gibt hier im Prinzip unendlich viel, was man zeigen könnte. Das ist jetzt also mal die Grundfunktion dieses Desktops. Alt F1 ist das Menü. Alt F2, da kann man ein Befehl eingeben. Da kann man beispielsweise Marte-Terminal eingeben. Rechner-Symbol, nicht ausgewählt. Steffen Klammer, Afer, Steffen TV, Zilde Rahmen. Steffen Klammer, Afer, Steffen TV, Zilde. Steffen Klammer, Afer, Steffen TV, Zilde Rahmen. Man hat hier also ein ganz normales Terminal. Kann ich mir beispielsweise das Verzeichnis mal auflisten lassen mit L-S-A. und so weiter und so fort. Kann jetzt mit der 7 und der 9 auf den Nummernblock theoretisch das nochmal nachlesen. und so weiter und so fort. Das also ist der Marte-Desktop. Und würde mein Raspberry Pi korrekt arbeiten, dann würde das dort genau so aussehen. Also ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, wollte aber doch schon gern irgendwas vorzeigen, bevor ich mich an die stundenlange, tagelange Suche mache und dann wahrscheinlich hinterher das Ding komplett neu einrichte. Ja, wer sich mit Linux befasst, der begibt sich auf einen abenteuerlichen Weg, denn man muss da immer ein bisschen auf Überraschungen gespannt sein. Und das soll es dann auch gewesen sein, das war mal so ein bisschen angerissen, die Installation und Einrichtung eines Raspberry Pi mit einem Mate Desktop System. Auch wenn es nicht ganz so geklappt hat, wie ich es da eigentlich wollte, aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen eine Idee bekommen, wie das funktionieren kann. Ich habe, wie gesagt, einen Artikel darüber geschrieben, da stehen nochmal alle Befehle, alle Konfigurationsparameter drin, die ihr braucht. So ein Raspberry Pi, der braucht noch ein bisschen mehr Pflege, um beispielsweise die SD-Karte nicht so schnell verschleißen zu lassen. Da kann man dann solche Scherze tun, wie ein RAM-Disk installieren, um Log-Files auszulagern. Die werden ja normalerweise auf der Festplatte in ein Verzeichnis geschrieben, die Log-Dateien, und auch ständig aktualisiert. Das Syslog, das schreibt irgendwie sekündlich irgendeine, wenn Fehlermeldungen auftauchen oder wenn irgendwelche Debug-Messages auftauchen. Das kann man dann damit verhindern, indem man diese Log-Dateien einfach in den RAM auslagert. Und so schont man auch ein bisschen die SD-Karte. Man kann entsprechende Schreiboptionen verändern, modifizieren, um beim Schreiben von Dateien auch nochmal ein bisschen weniger Schreibvorgänge zu haben. Auch das kann die SD-Karte ein bisschen in der Lebensdauer verlängern, aber das sind wirklich Sachen, wenn ich die alle noch aufführen würde, dann würde dieser Podcast nach drei Stunden noch nicht vorbei sein. Deshalb bedasse ich es für heute erstmal und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß am Basteln bekommen. Und so ein Raspberry Pi, mit dem kann man eine ganze Menge machen. Ich habe noch einen zweiten Raspberry Pi hier, den könnte ich jetzt noch einrichten als Musik-Server und als Medien-Server, als Internet-Radio-Station, die man dann sogar mit dem Smartphone steuern kann, als Fernbedienung sozusagen. Also richtig coole Projekte gibt es und auch Hausautomation geht, worüber es auch noch eine Folge geben wird, hier im Tech-Talk beispielsweise. Und vieles, vieles mehr. Also der Raspberry Pi ist so ein bisschen so ein kleines Wunderding, also schon ziemlich interessant, was man aus dieser kleinen Platine rausholen kann. Für heute soll es das aber gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder mal. Am Mikrofon war Steffen Schulz. Bis zum nächsten Mal. Der Cap4Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap4Free. Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http//cap4free.kubus.de Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook- und WhatsApp-Gruppen. Bis zum nächsten Mal.